Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose, der 18. Spieltag. Wir haben die Winterpause überstanden. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt schön sportlich fair. Ich sag das jetzt nochmal zusätzlich, weil das immer mal wieder aufkommt. Ich spiele die Partie nicht selber, ich steuere weder die eine noch die andere Mannschaft. Die Playstation spielt das selber aus. Ich habe mit dem Ausgang der Partie nichts zu tun und favorisiere auch keinen Verein. Es ist mir egal, wie die Spieler ausgehen, ich schneide das nur zusammen und kommentiere es dann. Aber gut, das könnt ihr natürlich nicht wissen, deswegen sei das hier an der Stelle nochmal gesagt. Jetzt viel Spaß bei Schalke gegen Gladbach. Ja, und vielen Dank fürs Reinschalten. Die Winterpause ist vorbei und am Freitagabend empfängt der FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach in der heimischen Felddienstarena. Wir springen direkt rein. Schalke in Königsblau von links nach rechts im ersten Durchgang. Gladbach in den weißen Jerseys. Erstmal in der verteidigenden Rolle. Das ist Gregoritsch, der sich dagegen Elvedi schön durchsetzt. Und Jan Sommer direkt mal testet. 13 Minuten waren hier von der Uhr. Das erste Aushufezeichen des Neuzugangs vom FC Augsburg soll die Offensive noch etwas mehr beleben. Die erste gute Möglichkeit. Jan Sommer kann es aber verhindern. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Gladbach das erste Mal richtig mit einer guten Offensivphase. Neuhaus, dann Miranda im eigenen Strafraum mit dem Querschläger. Gladbach legt sich da die Schalker zurecht, die da sehr kompakt stehen. Neuhaus. Neuhaus zu Dennis Zakaria. 0 zu 1. Eiskalt zugeschlagen. Borussia Mönchengladbach geht in Führung. Das war nicht unbedingt verdient. Doch wenn man so zuschlägt, dann ist man auch rechtmäßig in der Führungsposition. Doch es gab noch eine Chance. Matondo wird nach vorne auf die Reise geschickt und gleicht das Ganze noch aus. Super Treffer. Rabi Matondo mit seiner Geschwindigkeit hängt er alle ab und schlägt zu 1 zu 1 nach 45 Minuten. Das war auch deutlich verdienter als das 0 zu 1, das um ein Haar in die Katakomben geführt hätte. Der zweite Durchgang. Borussia Mönchengladbach nun auf dem aufsteigenden Ast von dem 1 zu 1 kurz vorm Seitenwechsel nicht sonderlich beeindruckt. Christoph Kramer schließt ab. Selber macht das da richtig gefährlich. Aus spitzen Winkel trotzdem eine gute Aktion. Schubert ist da. Fisch den raus. Der steht ja jetzt. Spätestens seit Nübels Wechsel feststeht. Noch mehr im Fokus beim FC Schalke. Stundiges Spiel. Gladbach im zweiten Durchgang jetzt deutlich besser. Dennis Zakaria legt den Ball raus zu Janschke. Schöne Flanke auf den zweiten Pfosten. Da ist Brelem Burlo. Und wieder Schubert. Etwas zu spitz dieser Winkel. Sonst war das eine richtig gute Aktion. Die Fohlenelf weiterhin dominant. Janschke. Markus Thüram mit einer schönen Körperbewegung. Kramer. Dennis Zakaria. Kramer. Die Mittelfeldmotoren leiten hier das Spiel an. und bringen in der 75. Minute Gladbach mit 2 zu 1 wieder in Führung. Mbolo. Jetzt schlägt er zu. Zakaria und Kramer setzen sich da durch. Mbolo hält nur noch den Fuß hin. Schalke wollte noch antworten. Nachspielzeit. Kramer treibt an. Matondo. Gregoritsch zu Mascarell. Nochmal ein fieser Aufsetzer für Sommer. Danach war Schluss. Borussia Mönchengladbach liefert eine richtig gute Leistungssteigerung ab im zweiten Abschnitt. Verdient sich damit den Dreier. Schalke hingegen startet in die Rückrunde mit 0 Punkten. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur ersten Samstagskonferenz 2020. Wir sind in Sinsheim. Zu Gast ist die Eintracht aus Frankfurt. Ein Augenmerk hier auf den Keeper bei Hoffenheim. Philipp Pentke von Regensburg gekommen. Vor einigen Transferperioden. Weil Baumann sich verletzt hat. Und wohl erst gegen Ende Februar zurückkehren wird. Eintracht Frankfurt hat Not. Und zwar richtig Not. Dafür ist Trapp wieder da. Doch zwei Mannschaften, die auch Not haben, sehen wir in Düsseldorf. Absolut. Auch wenn sich die Fortuna wieder ein bisschen Luft verschaffen konnte, sieht es ganz eng da unten aus. Werder Bremen hingegen muss jetzt wieder abliefern. Das 1 zu 0 gegen den 1. FC Köln vor der Winterpause. Das war wirklich ein Armutszeugnis für jeden Fan. Jetzt schauen wir nach Mainz. Zu Gast ist der Sportclub aus Freiburg. Und auch da wollen wir auf die Aufstellung schauen. Denn Schwolo ist zurückgekehrt. Tatsächlich findet er den Weg zurück. Chico Höfler dafür gelb gesperrt. Lässt sich sicherlich irgendwie kompensieren. Wird Freiburg eine ebenfalls gute Rückrunde spielen, wie sie in der Hinrunde agierten? Wir dürfen gespannt sein, ebenso wie auf das Spiel in Augsburg. Denn hier ist der BVB zu Gast. Und hier sehen wir Haaland, der ist im Fokus heute ganz klar. Roman Bürki im Kasten. Dann die Dreierkette, das neue Format, die neue Formation, die sich Lucien Favre ausgedacht hat. Die bislang erfolgreich ist. Und da haben wir ihn in der Spitze. Haaland, Neuzugang aus Salzburg. Und wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Schauen jetzt aber noch nach Köln. Markus Gisdol hat dieser Mannschaft wieder Leben eingehaucht. Das hat er unter anderem damit geschafft, dass einige junge Spunde dabei sind. Jakobs, Thielmann, Katterbach. Auch sie sind heute wieder dabei. Vorne dann Cordoba mit Drexler. Für die Tore verantwortlich. Starten wollen wir die Konferenz heute, aber in Sinsheim. Der Ball liegt auf dem Anstoßpunkt. Beziehungsweise mittlerweile ist er schon gespielt. Hoffenheim in den blauen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Frankfurt läuft hier in Gold auf. Für Adi Hütter waren die Zeiten zuletzt alles andere als golden. Dafür müssen sie heute eine andere Facette zeigen. Bastos mit dem Fehler. Hoffenheim setzte vor der Winterpause noch ein Ausrufezeichen. Durch das 2 zu 1 gegen Dortmund kam man oben an die europäischen Ränge richtig gut ran. Somit dürfen wir gespannt sein, wie sie sich hier heute präsentieren werden. Wir dürfen einiges erwarten. Hier steht 0 zu 0. Die ersten Eindrücke wollen wir uns jetzt aus Mainz holen. Denn hier gibt es eine richtig gute Freistoßposition für den ersten FSV Mainz 05. Lewin Öztunali legt sich den Ball da zurecht. Mit etwas mehr als 4 Minuten gerade mal von der Uhr. 19 Meter Torentfernung. Schwolo wird wohl gleich was zu packen bekommen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Fünfte Minute. 1 zu 0 für den ersten FSV Mainz 05. Fast für einen Freistoß von Lewin Öztunali. Keine 5 Minuten und Schwolo muss nach seiner Rückkehr direkt mal hinter sich greifen. Aber da kann er ja überhaupt nichts machen. Wie sich der senkt. Das ist ein fantastischer Treffer. Lässt sich nicht anders beschreiben. 1 zu 0 für den ersten FSV. Gut, dass wir uns den hier angeschaut haben. Öztunali. Muss man sich mal vor Augen führen. Was der hier für einen Freistoß raushaut. Große Aufgabe für Freiburg. Nach 5 Minuten muss man das erstmal verkraften können. Doch wer, wenn nicht Christian Streich und seine Mannschaft. Zunächst scheinen sie aber etwas nervös. Fehlpass in den Fuß von Riedle Baku. So, wir haben den ersten Treffer in der Konferenz. Nachlegen bitte. In Düsseldorf versuchen wir dann mal unser Glück. Ruven Hennings legt den Ball zurecht. Der SV Werder Bremen hier zu Gast. Heute in schwarz auftretend von rechts nach links. Keine einfache Aufgabe. Hier ziemlich missglückter Freistoß von Ruven Hennings. Diese Fans sind leidensfähig. Trotzdem geben sie die Hoffnung nicht auf, dass vielleicht irgendwann der Erfolg zurückkehren kann. Doch Düsseldorf zeigte eben vor der Winterpause, wie es gehen kann. Sie schlugen Union Berlin in einem atemberaubenden Finish mit 2 zu 1. Brachten Bremen damit auf Platz 17. Einen direkten Abstiegsplatz. Die Meilenmannschaften tauschten also die Plätze. Somit ist der Druck heute bei Bremen noch etwas größer, um nicht jetzt schon den Abstand etwas zu groß lassen zu werden. Schauen wir noch mal hier drauf, sonst gehen wir gleich weiter, wenn das nichts wird. Jo, eine weiter. Sind in der Fuggerstadt. Augsburg kommt. Richter mit dem Flankenball. Zagadou hält den Fuß rein. Gab schon eine richtig gute Chance. Bürki musste zweimal eingreifen. Dieser Schuss hier von Cordova war richtig gefährlich. Knapp 10 Minuten waren da gespielt. Der Schweizer passt auf im Kasten und verhindert den Rückstand. Eckball von der rechten Seite. Bürki passt auf. Augsburg bleibt aber dran. Dortmund rückt etwas zu. Behebe ich raus. Jettwey nach vorne zu Cordova. Nächste Riesenmöglichkeit. Bürki greift wieder ein. Jettwey. Bürki hat den Ball. Dortmund muss aufpassen hier. Der Rückstand wäre möglich gewesen. Wir schauen noch mal drauf und geben dann weiter. Das erste Mal sind wir in Köln unterwegs. Der VfL Wolfsburg versucht sich hier in der Spielkultur mal mit Ballbesitz. Doch das möchte bislang noch nicht so richtig gelingen. Der 1. FC Köln stellt das gut zu. Die haben aber auch wieder Selbstvertrauen gekriegt. Das 1 zu 0 gegen Werder Bremen. Eben vor der langen, langen Winterpause. Das brachte Selbstvertrauen. Da haben wir einmal die Zwischenergebnisse gesehen. So viel ist noch nicht passiert. Ein Treffer bislang in der Konferenz. Die Hälfte der ersten Hälfte ist auch schon wieder vorbei. 23 Minuten knapp gespielt. Wolfsburg setzt sich da vorne jetzt mal so ein bisschen fest. Roussillon legt zurück zu Ghiavogi. Zumindest mal ein Abschluss. Timo Horn. Fisch den aber raus. Kein Problem. Mbappu wird da im Zweikampf gelegt. Den Freistoß wollen wir uns noch mal anschauen. Ansonsten gehen wir gleich eine Station weiter. Wenn das hier nicht mehr sonderlich interessant wird. Aber wie gesagt, den haben wir noch unter genauer Beobachtung. Arnold, der wird lang. Der wird länger und länger und fällt ins Tor rein. Weil er noch da ist. Weil er noch dazwischen ist. Wout Wechhorst mit dem 1 zu 0. Von der Mittellinie fast. Ein weiter Schlag. Boah, da sieht Ezebue aber auch gar nicht gut aus im Zweikampf. Wenn man das so bezeichnen kann. Bietet nur Geleitschutz. Wechhorst macht nur einen müden Sprung. Und überwindet Horn, der nicht mehr rechtzeitig den Arm ausfahren kann. Jetzt kommen wir vielleicht doch noch mal in den Genuss einiger Tore. Der zweite Treffer jetzt in der Konferenz. Wir sind auf der Jagd. Nach Buden. Jetzt vielleicht in Sinsheim. Möglich ist es. Möglich wäre es gewesen. Doch Kevin Trapp, der Rückkehrer, macht einen sehr guten Eindruck hier. Geiger. Gute Möglichkeit. Gute Möglichkeit. Tor in Düsseldorf. Trapp mit der Parade. Boah, das muss es sein. Schnell nach Düsseldorf. Tor gefallen. 1 zu 0 für die Gäste. Leonardo Bittoncourt. Nach Gelbsperre wieder zurück. Trifft hier für den SVW. Vorbei an 6 Steffen. Der ist noch dran mit dem Knie. Doch bekommt den Ball nicht mehr raus. Gibt das jetzt endlich das benötigte Selbstvertrauen für die Mannschaft von Florian Kohfeldt. Und für Fortuna Düsseldorf stellt das einen kleinen Nackenklatscher dar. Halbe Stunde gespielt. Sie liegen zurück. Ausgeglichene Partie bislang. Bremen hat jetzt aber Oberwasser. Vor allem eher Bittoncourt verliert aber den Zweikampf mit Hofmann. Geht schnell in die andere Richtung. Hennings kommt aber nicht durch. Bargfrede schluckt den Ball weg. Wieder in die andere Richtung. Klaassen. Schöner Ball. Bittoncourt bekommt den Ball aber nicht an Sotner vorbei. Die Gäste führen mit 1 zu 0. Andersrum sieht es aus in Mainz. Und da schauen wir jetzt hin. Mainz führt nämlich mit 1 zu 0. Und ist hier drauf und dran. Das Zweite zu erzielen. Schwolo peitscht da seine Mannen mal zusammen. Das kann natürlich nicht sein. Wie Öztunali da so frei zum Abschluss kommt. Schwolo, der hier einiges zu tun bekommt. Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel. Eckball von der rechten Seite. Der Ball irrt da durch den Strafraum. Schwolo mit der vermiesten, versemmelten Faust-Affwehr. Und da ist Musa Niakate und schlägt zu. Das verdiente 2 zu 0 für den 1. FSV. Das darf niemals passieren. Schwolo weiß es auch eigentlich besser. Das ist einfach nur unglücklich. Mainz führt mit 2 zu 0. Absolut verdient. Wie schaut es in Augsburg aus? Nun noch relativ durchwachsen von beiden Seiten. Augsburg macht den besseren Eindruck. Tendenziell. Der BVB hatte zu Beginn eine richtig gute Chance. Augsburg fand sich aber wie gesagt dann besser rein. Und ist mittlerweile auch die fast etwas bessere Mannschaft. weiter Schlag, den Zagadou erstmal entschärfen kann. Cordova. Er hatte so eine richtig gute Möglichkeit, die wir auch gesehen hatten. Jetzt schnuppert das hier so ein bisschen nach einem torlosen Remi zur Pause. Vielleicht gibt es ja noch das eine Ausrufezeichen. Wir warten drauf. Haarland zu Reus. Jadon Sancho. Tor in Düsseldorf. Aber das Iago dazwischen. Und dann wollen wir den Treffer in Düsseldorf begutachten. Der Ausgleich. Fortuna Düsseldorf schlägt zu. Trifft Werder Bremen mitten ins Herz. Nachdem die richtig gut drauf waren. Nach dem Führungstreffer. Jetzt ist Alfredo Morales da. Gleich das aus. Bleibt eiskalt mit dem linken Fuß vor Pavlenka. Und bringt die Düsseldorfer Arena in helle Freude. Wir wollen noch mal nach Köln schauen. Vor dem Seitenwechsel. Wolfsburg hier auch drauf und dran den zweiten Treffer zu erzielen. Jetzt vielleicht mal eine Kontersituation. Drechsler auf Thielmann. Jan Thielmann wird noch eingeholt. Wird nicht mehr eingeholt. Jan Thielmann. 45. Minute. Der Youngster. Mit dem Ausgleich. So darf sich Wolfsburg niemals anstellen in der Führungsposition. Lässt sich da komplett überlaufen. Jan Thielmann. Was für ein Moment. Den kostet er aus. Und das völlig zu Recht. Gisthol hat es gewagt. Diese jungen Spieler reinzubringen. Und er hat aktuell dadurch sehr, sehr viel gewonnen. Auf den anderen Plätzen geht es so langsam in die Halbzeit. Wir sind hier mit drei Minuten Nachspielzeit am längsten drauf. Kann Wolfsburg nochmal antworten. Schlager raus. Das war schwach. Tchichos ist dazwischen. Und das war's. Die Halbzeit ist mit einem Paukenschlag zu Ende gegangen. Thielmann schlägt zu. Bringt die Geisböcke erstmal in Freudenstimmung. Jo, da haben wir ganz kurz im Überblick einmal die Ergebnisse. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es dir gefällt, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten würde ich gar nicht lange rumschwafeln. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Durchgang der Konferenz. Da wären wir zurück in Augsburg. Der BVB nun von links nach rechts in schwarz-gelb. Hat noch durchaus Luft nach oben. Nun muss gegen gut spielende Augsburger vielleicht sogar zufrieden sein, dass es nur 0 zu 0 steht. Nico Schulz auf der linken Außenbahn. Nimmt Guerreiro mit. Der hatte eine gute Chance im ersten Abschnitt noch. Nach wenigen Augenblicken hatte er da einen schönen Dropkick auf dem Fuß. Haaland zu Sancho. Das war mal gut gespielt. Aber Uduokai kann den Ball abwehren. Entschärft die Situation. Der BVB wirkt jetzt aber wacher. Und will den Treffer erzielen. Haaland, da fehlt ihm ein bisschen die Unterstützung. Tor in Düsseldorf. Das gucken wir uns an. Die erneute Führung für die Gäste. Michael Lang mit dem 2 zu 1 für Werder Bremen. Da kriegen sie den Eckball nicht geklärt. Klassenzulang, der mit einer schönen Drehung einem ausreichend platzierten Abschluss vorbei an Zach Steffen. Können sie jetzt etwa auch noch mit Rückschlägen umgehen? Das wäre natürlich was für den Gast aus dem Norden. Michael Lang. Und jetzt geht Betoncourt, der Torschütze, zum 1 zu 0. Nach Gelbsperre wieder zurückgekehrt. Und Bartels, der auch nach langer Verletzungspause noch die Eingewöhnungszeit braucht. Über 90 Minuten kann er auf jeden Fall nicht gehen. Aber er hat jetzt die Zeit, sich über eine halbe Stunde zu beweisen. Aber ich höre, wir sollen mal nach Sinsheim schauen. Richtig, hier wird gewechselt. Aber nicht wegen dieses Wechsels schauen wir uns das an. Adamian für Geiger, sondern wegen dieser Freistoßposition. In Mainz hat das gut geklappt. 18 Meter. Robatzko! 55. Minute. Die Freistöße haben es uns heute angetan. Super Treffer. Für Trapp ist da nicht zu halten. Hoffenheim geht in Front. Hase bedreht sich da auch weg. Die Mauer geht nicht hoch. Zumindest die zehn Spitzen hätten es wohl sein müssen. Aber der Freistoß von Robatzko der war allemal sehenswert und überragend. Bitter für Frankfurt, doch nicht unverdient. Die Aufgabe für Adi Hütter maximiert sich mal wieder. Stunde haben wir knapp von der Uhr schon zwei Treffer gesehen in der Konferenz. Damit kann man gut zufrieden sein. Am besten wird dieser Schnitt aufrechterhalten. Und die Frage ist, kann Frankfurt hier drauf eine passende Antwort finden? Philipp Kostic. Nordweit passt auf. Ab nach Mainz. die Gastgeber führen ja mit 2 zu 0 gegen den SC Freiburg, doch die Breisgauer hatten hier gerade eben eine richtig gute Chance durch Mike Franz, die aber nicht zum Erfolg führte. Jetzt ist der erste FSV Mainz 05 wieder im Ballbesitz. Gulde passt aber auf, krätscht rein, Freiburg findet wirklich besser rein. und den Treffer in Köln schauen wir uns an. Wie in Düsseldorf geht der Gast mit 2 zu 1 in Führung. Joshua Giavugi nutzt Niesa von einer guten Aktion von Wechhorst. Doppelpass sogar mit Giavugi mit der Hacke abgelegt aus kürzester Distanz. dann eiskalt vorbei an Timo Horn. Dem ist da nichts mehr vorzuwerfen aus dieser kurzen Distanz. 63. Minute. Die Wölfe etwas schmeichelhaft in Führung, aber nicht unverdient. Es ist eine sehr ausgeglichene Partie. Da entscheiden ganz kleine Nuancen aktuell zugunsten der Wolfsburger. Hier sehen wir ein paar mitgereiste Wolfsburger. Die sind hellauf begeistert. Unter dem Strich können sie zufrieden sein mit der Leistung heute. Wir schauen einmal kurz auf die Ergebnisse, während Drechsler den Ball mit nach vorne nimmt. Jakobs aber im Abseits. Hier wird gewechselt. Ginczek kommt für Schlager ein interessanter Wechsel offensiv für Mittelfeld. Aber okay, wir schauen mal nach Augsburg. Roman Bürki rettet gerade dem BVB so ein bisschen den Allerwertesten. 67 Minuten knapp gespielt und der FC Augsburg hat Chancen spüren bekommen verloren da hier damals noch Dong Won Ji mit einem herausragenden Auftritt. Aktuell steht es 0 zu 0. Das ist eher ein gutes Zeichen für Dortmund. Jetzt vielleicht mal. Guerrero kommt nicht durch. Wir schauen nochmal weiter. Jetzt ein bisschen die Schlagzahl erhöhen vor der endgültigen Schlussphase. Düsseldorf muss aufpassen hier nicht den entscheidenden 1 zu 3 Treffer zu kassieren. Das 2 zu 2 würde sie aktuell sehr glücklich stimmen. Damit zogen sie in der Tabelle direkt wieder vorbei. Anwerder Bremen langer Ball nach vorne. Kein Problem für Pavlenka den Fisch da ab. Spielt ihn dann gleich wieder nach vorne. Düsseldorf aber wieder im Ballbesitz. Ist eine zerfahrene Partie. Es läuft noch nicht alles rot. Oliver Fink und Pavlenka muss eingreifen. 78. Minute das wäre es jetzt gewesen. Wir schauen nochmal drauf. Gute Parade. Blicken nochmal nach Sinsheim. Hoffenheim hat hier im Prinzip alles im Griff und muss eigentlich die Entscheidung machen. Wieder Kevin Trapp. Boah da Costa was macht da Costa denn da mein lieber Mann schlägt dann eine Flanke in den eigenen Strafraum das hier hätte es aber sein müssen Grilic köpft da aber Trapp mehr oder weniger an 10 Minuten sind noch auf der Uhr Hoffenheim verpasst es die Entscheidung zu erzielen und ist die Frage ist es mal wieder dieses klischeehafte wenn du deine Chancen nicht machst dann wird es bestraft hinten raus aktuell fehlt da so ein bisschen die Fantasie Hoffenheim verpasst es aber das 2 zu 0 zu machen und das könnte am Ende der Knackpunkt sein 2 zu 0 aber steht es schon in Mainz ist denn da alles klar Freiburg hat sich noch nicht aufgegeben deswegen wohl eher nicht Christian Günther der darf da nicht so viel Platz haben Grifo Zentner vor die Füße von Petersen 2 zu 1 84 Spielminute Petersen hat dann noch was zu klären aber Yannik Haberer weist ihn an ein und sagt du wir brauchen noch einen Treffer um hier was mitzunehmen super Flanke von Günther der die ungehindert schlagen kann guter Kopfball von Grifo die Parade von Zentner ist auch gut kann sie aber nur vor Nils Petersen abwehren er ist an Ort und Stelle schlägt zu bringt Freiburg zurück in die Partie sechs Minuten vor 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 Ende er steht nur noch 2 zu 1 und somit haben wir in allen Stadien einen unentschieden oder einen knappen führenden also wie sich das hier entwickeln wird in der Schlussphase wir schauen nochmal ganz kurz drauf ansonsten gucken wir gleich nochmal nach Köln ja hier ist als Tunali erstmal im Abseits das sind wichtige Sekunden und Isivo kommt für Quason also wir schauen nochmal nach Köln kommen die Geistböcke nochmal es wäre durchaus denkbar Köln ist hier gut drauf Modest Jakobs wieder zu Modest der zieht den in Strafraum ein will den Ball zurück legen Rooks Resolut und dann gibt es nur Abstoß da muss der Assistent ein ganz genaues Auge gehabt haben ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen aber so ist es entschieden Abstoß für den VfL Wolfsburg Castells hat nun natürlich auch ganz viel Zeit den auszuführen Gintzschek ja der soll davor ein paar Bälle festmachen aber so richtig gut klappt das bislang noch nicht Giavogi räumt nochmal auf hier steht es 1 zu 2 Nachspielzeit bricht gleich an kommt Dortmund in Augsburg denn nochmal zu einer Möglichkeit für den Dreier auch hier bricht die Nachspielzeit an und es sieht nicht danach aus als könnte der BVB hier noch einen Treffer erzielen der FC Augsburg hat sich nun auch mit dem 0 zu 0 abgefunden jetzt vielleicht Götze zu Guerreiro der Ball muss nach vorne Brand Sancho kommt aber nicht durch Rauwe Leo passt auf Max klärt es Augsburg und Dortmund trennen sich 0 zu 0 in Düsseldorf läuft die Partie noch als allerletztes eineinhalb Minuten noch Zeit für die Gastgeber hier was mitzunehmen sieht nicht gut aus Bremen Ballbesitz schneller Ball jetzt nach vorne vielleicht Hellings und da wird jetzt abgefiffen da wird jetzt abgefiffen aber so ist es 1 zu 2 verliert Düsseldorf gegen Werder Bremen wir sehen nochmal kurz die Ergebnisse im Überblick ganz wichtig für den SVW so in die Rückrunde zu starten und Michael Lang hier er hat es getan er schoss das 2 zu 1 das soll es aus der Konferenz gewesen sein jetzt gibt es noch einmal die Zusammenfassung der Samstagsspiele danach noch die anderen drei Partien des Spieltags ansonsten bleibt mir nur zu sagen bleiben sie am Ball Eintracht Eintracht Frankfurt muss sich langsam wieder fangen es geht steil bergab vor der Winterpause noch gegen Paderborn verloren ein herber Rückschlag hier gegen Hoffenheim auch keine leichte Aufgabe die erste Chance dies sein muss doppelte Möglichkeit Grilic im Nachschuss aber drüber hinweg stark von Geiger eingeleitet doch Kevin Trapp der Rückkehrer hält den Ball ziemlich gut kurz vor dem Seitenwechsel Frankfurt das erste Mal wirklich auffällig Gabriel so geht an stieß dann ab aus knapp 17 Metern der Versuch zählt aber wirklich gut war er nicht zweiter Durchgang beginnt dann mit diesem Freistoß und mit einem Paukenschlag Roberts Go 55 Minute ein fantastisches Freistoß Tor die Frankfurter bleiben stehen Hasebe dreht sich noch weg das ebnet die Möglichkeit zum Erfolg ein verdienter Führungstreffer den Hoffenheim aber verpasste in der Folge zu erhöhen und vergolden Ilas Bebu mit der Hacke zurück zu Roberts Go super diese Flanke vom Tor schützen doch sie wird nicht belohnt weil Kevin Trapp wieder zur Stelle ist es kam leider kein Aufbau mehr bei Frankfurt das sah nicht gut aus Ilas Bebu hätte knapp 5 Minuten vor Schluss alles klar machen können verreizt aber das machte nichts mehr Hoffenheim gewinnt mit 1 zu 0 gegen Frankfurt insbesondere weil sie im zweiten Durchgang richtig gut überzeugen konnten Düsseldorf zeigte vor der Winterpause nochmal was in ihnen steckt bei Werder Bremen war man wirklich froh dass das Jahr 2019 endlich vorbei war dabei fanden sie hier richtig gut rein Betoncourt nach gelbsperre wieder zurück Betoncourt zu viel Freiräume und das lässt er sich nicht nehmen 28. Spielminute sehr gute Seitenverlagerung und Betoncourt bleibt dann vor 6 Steffen relativ cool Fortuna Düsseldorf brauchte um sich hier rein zu finden doch dann schlugen auch sie zu 43. Minute Alfredo Morales der Mittelfeldmann erzielt den Ausgleichstreffer noch vor dem Seitenwechsel nun aber wieder Werder Bremen im zweiten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft Nuri Schahin Düsseldorf kommt nicht an den Ball Moisander Klaassen zu Michael Lang 53. Minute 2 zu 1 für Werder Bremen Lang der in die Aufstellung rückte weil Gebre Düsseldorf Düsseldorf noch verletzt fehlt Düsseldorf wollte jetzt aber zumindest das 2 zu 2 sich holen in diesem Keller Duell doch mehr als dieses Schüsschen kam nicht mehr bei Rom David Kovnatski haut drauf doch der Pole verzieht doch relativ deutlich Werder Bremen kann doch noch gewinnen schlägt Düsseldorf mit 2 zu 1 das geht über die 90 Minuten hinweg gesehen aber auch in Ordnung Mainz gegen Freiburg ebenfalls Samstag 15 Uhr 30 die erste Chance nach etwas mehr als vier gespielten Minuten Öztunali legt sich den Ball zurecht 19 Meter die Torentfernung und Lewin Öztunali mit einem fantastischen Freistoß Tor eine Kopie fast nur mit dem anderen Fuß vom Treffer durch Robatzko bei Hoffenheim gegen Frankfurt Mainz spielt hier richtig gut auf 10 Minuten vor dem Seitenwechsel Schwolo Rückkehrer mit dieser verpatzten Faustabwehr vor die Füße von Musan Nia KT macht der Innenverteidiger aber auch richtig stark den musst du so erstmal treffen Freiburg gelobte Besserung im zweiten Durchgang Koch zu Mike Franz Robin Zentner passt auf super Parade brachte hier die Freiburger zum verzweifeln doch die Breisgauer gaben sich nicht auf kam in der Schlussphase nochmal gut nach vorne zwei Tore sollten aber noch her Günther überlegen es hat da zu viel Platz einer mit seiner Qualität darf da nicht so frei sein Grifo mit dem Kopfball abgewehrt vor den Fuß von Nils Petersen 84. Minute das 2 zu 1 doch das war der Schlusspunkt in dieser Partie Mainz zittert sich über die Ziellinie am Ende ist das durch Freiburgs Aufschwung im zweiten Abschnitt doch etwas schmeichelhaft Borussia Dortmund zu Gast beim FC Augsburg und auf Haarland hier den wir gerade im Anschnitt gesehen haben ruhen einige Hoffnungen heute sogar direkt in der Startaufstellung Anfangsphase geht klar an Schwarz-Gelb Reus mit dem Eckball vor die Füße irgendwie abgefälscht von Raphael Guerreiro und der feuert da mal ein raus von der 16er Kante super Dropkick geht dann 1-2 Meter aber am Tor vorbei dieses Risiko hätte durchaus belohnt werden können doch die Vogerstatter die spielten munter mit Sergio Cordova gegen Roman Bürki doch der Schweizer behält hier die Oberhand trotz dieses sehr guten und harten Schusses kurz vor dem Seitenwechsel der BVB sorgte vorne für Druck holte sich den Ball in der gegnerischen Hälfte dann geht auch wieder aufs Tor von Kuback Seitenverlagerung und Jadon Sancho etwas überhastet mit dem Kopfball ins Nirvana der zweite Durchgang hatte nicht mehr viel zu bieten 60 Minute Augsburg verteidigte richtig gut Dortmund fiel nicht viel ein es gab aber noch mal eine Chance hier für Marco Richter Zagadou und Schulz die klären es dann das wäre es noch mal gewesen mehr kam dann nicht der BVB muss sich mit diesem 0 zu 0 begnügen weil Augsburg aber auch richtig gut spielte haben sie sich das auch verdient der 1. FC Köln war unter Markus Gisdolz zuletzt durchaus erfolgreich nun gegen den VfL Wolfsburg sollte der nächste Dreier her 25 Minuten knapp gespielt Arnold mit diesem Freistoß der wird länger und länger und findet ausgerechnet den Kopf von Wout Wechos das ist unglaublich der Typ ist ein Phänomen ihr hält da den Schädel hin musste ich mal richtig hochsteigen Izibue sieht da im Zweikampf nicht sonderlich gut aus doch Köln fand die Antwort Drechsler auf Jan Thielmann Thielmann entwischt allen und mit diesem Schuss überwindet er Kuhn Castils und holt das 1 zu 1 raus super Aktion von Thielmann in abgezockter Mann zweiter Durchgang die Geißböcke besser Hector kein Abseits zu Drechsler Castils macht sich groß und fisch den weg super Szene Drechsler weiß selbst das muss es eigentlich sein die Wölfe seltener nach vorne aktiv dann aber so Werhorst mit der Hake zu Giavogi und so eiskalt sind sie dann 2 zu 1 63 Minute gleichzeitig spielte hier Abseits 45 Minuten einfach nur weil Union richtig effektiv war das Bild änderte sich nicht im zweiten Abschnitt erste Chance von Pahrensinn ziemlich gut vereitelt Werner wäre sonst wohl wieder erfolgreich gewesen in einer so starken Saison die der Nationalstürmer aktuell wirklich anzubieten hat die roten Bullen drücken Christopher Kunku Haidara zu Patrick Schick wieder Haidara der mit der Hacke zu Kunku Schick schön durchgespielt Christopher Kunku eine fantastische Stafette zwischen Haidara Schick und Nutz Niesa Kunku verdiente sich mit einer guten Aktion das 1 zu 1 Leipzig wollte logischerweise mehr Patrick Schick treibt wieder an Emil Forsberg noch einmal mit einem Ausrufezeichen es sollte nicht mehr sein am Ende Leipzig hätte sich die drei Punkte durchaus verdient gehabt spätestens durch diesen Abschluss doch Union kämpfte leidenschaftlich das was man von ihnen kennt das was man von ihnen erwartet und somit holen sie sich hier nicht unverdient diesen einen Punkt Hertha BSC gegen den FC Bayern München am Sonntagnachmittag sollte es hier bei nebligem Wetter erfolgreich werden für die Bayern eine Eckstoß Situation kann hier nicht so richtig bereinigt werden das ist Pavard der mit aufgerückt war zu diesem Eckball dann aber nur das Aluminium trifft gute Schusstechnik super Körperhaltung da wäre für Jashtain wohl wenig zu halten gewesen der nächste Eckstoß der nicht richtig bereinigt werden kann Thiago raus zu Müller da ist Boateng vorne geblieben 1 zu 0 für die Gäste 25. Spielminute für Boateng mit seiner Vergangenheit logischerweise noch ein etwas besondereres Tor Hertha unter Klinsmann heute nicht so gut aufgelegt Müller legt quer fast eine Kopie nur diesmal ist Coutinho da zweite Vorlage für Thomas Müller beim verletzungsgebeutelten FC Bayern München lief es doch unter dem Strich ziemlich gut 2 zu 0 nach 45 Minuten damit konnte man sehr zufrieden sein Hertha hingegen enttäuschte etwas wenige Augenblicke gespielt Goretzka zu Lewandowski der trotz Leisten-OP in der Winterpause wieder dabei sein konnte hier sprang der Ball noch einmal unglücklich auf sodass der Schuss hier verrissen wurde weiterhin nur die Bayern das hatte man von der Hertha auch schon anders gesehen hier im Stadion gegen die Bayern heute waren sie aber weitestgehend chancenlos Goretzka zu Thiago Jahrstein packt eine überragende Parade aus verhindert hier das 3 zu 0 2 Herthaner grätschen rein es ist nicht so dass sie es nicht versucht hätten aber es lief heute schlicht und ergreifend nicht viel zusammen das kann eben auch mal passieren insbesondere wenn man gegen die Bayern spielt 15 Minuten noch auf der Uhr die Bayern spielten das jetzt ganz locker runter Leon Goretzka Lewandowski in die Mitte gelegt zu Thiago der an den Pfosten Müller kommt nicht an den Nachschuss Jelbert klärt um ein Jahr noch das 3 zu 0 das auch in der Höhe in Ordnung gewesen wäre zu Ende geht es mit einem 0 zu 2 das absolut überzeugend und souverän gespielt wurde zum Abschluss des 18. Spieltags empfängt der SC Paderborn am Sonntagabend Bayer 04 Leverkusen das Hinspiel gewann Leverkusen knapp mit 3 zu 2 Paderborn zeigte da eine richtig gute Vorstellung hier hatten sie die erste Chance Ben Sulinski nach 4 Minuten schließt ab doch trifft nicht das Gehäuse von Lukas Radetzki Leverkusen fand hier ganz gemächlich rein unter anderem mussten sie auf den gesperrten Vendel verzichten Sinkraven dafür dabei aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle sondern er hier im Mittelpunkt Kai Havert mit einem super Schlenzer guckt da Zingerle aus der etwas zu weit vor seinem Kasten steht zu 100% kann man den Paderborner Keeper da nicht aus der Verantwortung nehmen doch unter dem Strich ist das einfach ein sensationelles Tor 1 zu 0 für Leverkusen das brachte jetzt Selbstvertrauen Schalz-Arangis liegt noch einen drauf 37. Minute 2 zu 0 perfekt gespielt genau im richtigen Moment das Abseits wird aufgehoben und somit ging es mit 0 zu 2 in die Katakomben Paderborn hatte den besseren Start musste sich dann aber der Qualität von Leverkusen erstmal unterwerfen und es ging schlecht weiter Schalz-Arangis Doppelpack 50. Minute 3 zu 0 für die Gäste da war jetzt doch relativ vieles klar in welche Richtung sich das hier noch entwickeln würde beziehungsweise in welche Richtung es sich auf jeden Fall nicht entwickeln würde Paderborn kam nicht mehr so richtig zum Aufbäumen Havert zu Amiri jetzt klappte aber auch alles eine fantastische Flanke Amiri mit einer super Abnahme Zingerle aus kurzer Distanz überwunden auch der Ehrentreffer war nicht mehr realistisch stattdessen das 5 zu 0 auf dem Fuß von Kai Havertz knapp vorbei nicht unmöglich den zu verwandeln doch Paderborn blieb verschont in dieser Szene verliert mit 0 zu 4 absolut verdient auch in dieser Höhe Leverkusen lieferte eine richtig starke Leistung an jo das war es dann auch wieder mit der Prognose vom 18. Spieltag lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da wenn es dir gefallen hat würde mich auf jeden Fall freuen ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein ja Bundesliga geht wieder los besser kann es eigentlich nicht laufen bis zum nächsten Mal und adios bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.